Oh, kein Bauernhof. Mensch. Oh, kein Bauernhof. Oh, kein Bauernhof. So, dann gehen wir gleich zum Angriff über mit dem, was wir haben. Oh, kein Bauernhof. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Oh, kein Bauernhof. 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 Er zieht sich zurück, wow. Er zieht sich zurück, wow. Ihr schließt neues Land, mein Freund? Großartig! Ihr habt euer Reich erfolgreich ausgebaut. So, dann machen wir das so. Dann erobern wir auch gleich den Posten hier. Befestigung ausgebaut. So, dann machen wir das so. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Ich weiß echt nicht, wie ich das gewinnen könnte. Ich weiß nicht, wie ich das gewinnen könnte. Ich meine nur, dass Contra-Dream viel mehr Truppen hat als ich. Ich weiß nicht, wie ich das gewinnen könnte. Ich weiß nicht, wie ich das gewinnen könnte. Ich weiß nicht, wie ich das gewinnen könnte. Ich glaube, ich kann nicht verhindern, dass er dieses Territorium befestigt. Ihr schließt neues Land, mein Freund? Großartig! Ich weiß nicht, wie ich das gewinnen könnte. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie ich das gewinnen könnte. Ja, wie gesagt. Hä, was? Nicht freigeschalten? Ja, mein Lagarde freigeschalten. Ah. Und der kriegt hier immer mehr Verstärkungstruppen. Der Kontra. Gut, dann greifen wir eben hier an. Soll er das hier ruhig haben? Soll er das hier ruhig haben? Das holzt bloß wieder mit. Ihr habt einen Sektor an einem Feind verloren. Das ist mir gerade egal. Das ist mir gerade egal. Das ist mir gerade egal. Das Problem ist, es sind so viele Reiter und ich habe nicht mehr so viele Reiter. Und da kommt ein Angriff, den ich nicht entgegenzusetzen habe. Das ist mir gerade egal. Das ist mir gerade egal. Das ist mir gerade egal.